In ein paar Wochen wird es schon wieder passen Ich muss gerade sagen, mit dem Saisonstart sieht es ja sowieso wiedergefahren aus Natürlich, weil das Gewitter natürlich auch nicht neu ist, der wird ja auch schön mitfahren Ja, Gewitter ist ja... Gewitter hat ja im Moment eine Ausflüge Ja McLaren, ich bin neben dir, Mann Du bist in Erster, du bist noch wieder oder was? Nee, ich bin letzter, fast letzter Oh Gott, ich brauche mir an, weh Bremst du los? Vollkatastrophe Oh Gott, alles in vollkatastrophe, unbestell eines Todes Ohhhh Ohhhh Ohhhh, was macht denn der Malik, Alter? Ja genau, der Alex ist ja auch noch am Abbringen Alex ist, äh so und so Ich bin tatsächlich mittlerweile auf die Greifer gerüpscht Ich bin auf 8 zurückgefallen Die aber Rolle für die Unterstöhren des Todes Ich hab die Flügel eingestellt, ich hab auf 12... 12,3 oder so eingestellt Ich hab 0,0 Ja, es war mir dann ein bisschen zu heikel Was macht der Racing Bull, der feine Fresse, Alter Alter, alle! Alle kürzen so die Sterne ab! Alle kriegen sie 30,000 Sehr schön, gut für mich Alter, sonst Watch out for understeer in the wake of the car ahead Oh, Silence Ah, Gott, ey Green Flag Und ab mit vollem IAS-Luftbrücken ist mir auch egal Ich bin 7,0 Ich bin 7,0 Ja, ich bin 8,0 Ja, ich bin 8,0 Ja, Wahnsinn Ich bin 7,0 Yay Ich bin 8,0 Ich bin 8,0 Also für den hat sich so wenig Flügel vorverheizt, wie für jeder Weiß ich nicht so? Ja, leider So, der HS bla 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 Alter, der hat jetzt 10 Sekunden Ich bin 8,0 Oh, ich sehe Oh, ich sehe Yellow Flag Ja, erster 2.30 abgerümmt Ich sehe auch Ich mich Der Vater kommt ja angeschossen Der Vater kommt ja angeschossen Das ist ja noch gar nicht los Der Die 2 schießen sich da vorne so nahab Ja, hoffentlich sind die Sekundenplätze für mich Der Vater kommt ja angeschossen oh, du bist schon fünfter, du hast die Phase trepp Bist du gefahren? 22.3 23.3? 22 Nein, 2 2? 22.3? Was? 23.3 Ja, ich hatte aber auch DRS in der Runde, glaube ich Ja, denke ich mir fast, oder sonst Fast nicht möglich ? Na,ja, ja, ja! Ja, ich hab noch mehr EAS, du Bisser. Ja, Mann! 0,158. 5, ja. Da hat er richtig schlecht gepokert, der Typ. Da wollte er in der letzten Kurve schon vorne sein, nämlich ich hatte noch 40% EAS. Da hab ich ihn noch geholt und da wollte er mich echt noch abdrängen. Ich hatte leider kein EAS mehr. Ja, drauf sind 5. ist doch ganz gut. Dafür, dass ich in der ersten Runde, in der ersten Kurve quasi alle vier Räder blockiert habe und einfach geradeaus fahren musste. Naja, da sind ein paar, deswegen haben wir auch so viele, so viele Zeitstrafen. Da sind ein paar dabei, die haben vielleicht 10 Sekunden gekriegt. Wer da hinten 28 Sekunden macht. Der Alex ist auch 15 Sekunden, Mann. Ich bin aber die, die dann halt... Ich hab versucht, dieses Geschlängel mitzunehmen, dass ich auf jeden Fall Zeit verliere, dass ich keine Strafe kriege. ... Untertitelung des ZDF, 2020